Hallo liebe Leute, ich dachte ich mache ein Infovideo über Menstruation und Eisprung und weil ich glaube, dass viele Menschen einfach die absoluten Basics nicht wissen, habe ich so das Gefühl. Und über die Jahre hinweg ist mir das eben aufgefallen, dass viele Menschen einfach nicht die Basics wissen und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Die Frau hat einen Zyklus von 28 Tagen im Durchschnitt. Das ist genauso lang wie der Mondzyklus. Man hat sogar mal eine Recherche gemacht, empirisch, dass der Zyklus der Frau auf tausende von Frauen absolut identisch ist mit dem Mondzyklus. Das ist absolut identisch. Okay. Das hat viel zu sagen. So, jetzt ist wichtig zu verstehen. Während einer Menstruation kann eine Frau nicht schwanger werden. Ja, das muss ich nochmal ganz klar betonen. Aber es ist die Vorbereitung des Körpers auf eine mögliche Schwangerschaft. Dann circa, ich bin kein Arzt, also es könnte sein, dass ich Kleinigkeiten ein bisschen falsch hinbekomme, aber das kann man auch schnell korrigieren und es wird auch nicht das letzte Video sein, was ich in die Richtung mache. Ich finde es nur, wir können jetzt mal damit anfangen, damit man Basics einfach versteht. Ungefähr zwei Wochen später hat sie dann ihren Eisprung nach der Menstruation. Der Eisprung bedeutet, dass sie besonders stark schwanger oder überhaupt schwanger werden kann in der Zeit. An allen Tagen zum Eisprung hin. Das heißt, sieben bis fünf Tage bis hin zum Eisprung kann sie schwanger werden. Zum Beispiel, es kann sich sechs, fünf Tage vor der Schwangerschaft Sperma einnisten, in die Vagina, überleben, zur Eizelle quasi hindurchdringen und dann kann sie schon fünf Tage vor dem Eisprung schwanger werden. Ich war ja in meiner letzten Beziehung, habe ich natürliche Verhütung gemacht. Das heißt, wir haben kalkuliert, wann der Eisprung ist und dann zwei Tage danach, drei Tage danach hatten wir wieder Sex. Das heißt, wir hatten bis zum Eisprung hin keinen Sex als natürliche Verhütung. Ist natürlich irgendwie auch doof, weil man kann als Frau dann so diese Energie, ich möchte schwanger werden, nicht so ausleben. Aber dafür ist der Körper wenigstens gesund, weil man nichts Chemisches in sich trägt, was dem Körper eine Schwangerschaft vorgaukelt und dadurch man nicht schwanger wird. Und jetzt, wenn man schwanger wird, dann fällt die Periode aus. Die Menstruation fällt in der Schwangerschaft komplett aus. Es gibt andere Formen von Blutungen noch, aber das ist nicht wie eine normale Menstruationsblutung. So, das heißt, wenn du eine volle Blutung bekommst, eine volle Menstruationsblutung, dann bist du nicht schwanger. Ganz einfach. So. Hier habe ich von ChatGPT was Gutes zusammengeschrieben bekommen. Nein, während der Schwangerschaft findet keine echte Menstruationperiode statt, da die Menstruation den Prozess des Abstoßens der Gärbärm-Mutterschleimhaut darstellt und dies würde einer Schwangerschaft entgegenwirken. Allerdings können schwangere Frauen während der Schwangerschaft Blutungen erleben, die sie möglicherweise mit der Periode verwechseln. Einnistungsblutung, die geschieht in der Regel sechs bis zwölf Tage nach der Befruchtung und kann mit einer Periode verwechselt werden, obwohl sie in der Regel kürzer und leichter ist als eine normale Menstruation. Blutungen in der Schwangerschaft. Es kann zu verschiedenen Zeiten während der Schwangerschaft zu Blutungen kommen. Die Ursachen können vielfältig sein, von harmlosen bis zu ernsthaften Komplikationen und Veränderungen des Gebärmutterhalses. Es ist wichtig zu verstehen, dass obwohl Blutungen während der Schwangerschaft nicht ungewöhnlich sind, sie nicht dieselbe wie eine Menstruation sind. Die Menstruation selber. Die Menstruation ist ein zentraler Bestandteil des weiblichen Menstruationszyklus. Der Zyklus bereitet den Körper einer Frau für eine mögliche Schwangerschaft vor. Hier ist während der Menstruationszyklus und insbesondere während der Menstruation was geschieht. Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Während der Menstruationszyklus wird die Gebärmutterschleimhaut dicker und mit Blutgefäßen angereicht, um eine befruchtete Eizelle aufzunehmen. Freisetzung einer Eizelle. In der Mitte des Zyklus wird während des Eisprungsovulationen eine reife Eizelle aus einer der Eierstöcke freigesetzt. Diese Eizelle wandert dann durch die Eileiter in die Gebärmutter. Wenn keine Befruchtung stattfindet. Wenn die freigesetzte Eizelle nicht von einem Spermium befruchtet wird, wird sie zusammen mit einem Teil der Gebärmutterschleimhaut, die sich aufgebaut hat, abgestoßen. Dieser Prozess wird als Menstruation bezeichnet. Menstruation. Die Menstruation ist der Zeitraum, in dem Blut, Gebärmutterschleimhaut und die unbefruchtete Eizelle aus dem Körper ausgeschieden werden. Dies geschieht durch die Vagina. Die Menstruation dauert in der Regel zwischen 3 und 7 Tage. Zweck. Die Menstruation ermöglicht es dem Körper, die alte Gebärmutterschleimhaut loszuwerden und sich auf den nächsten Zyklus vorzubereiten. Es ist ein natürlicher Reinigungsprozess. Zusätzliche Funktionen. Die Menstruation ist auch ein wichtiges Signal für den Gesundheitszustand und Fruchtbarkeit einer Frau. Regelmäßige Menstruationszyklen können darauf hinweisen, dass die Eierstöcke regelmäßig Eizellen freisetzen und die Hormone Östrogen und Progesteron in einem ausgewogenen Verhältnis produziert werden. Okay, also kann auch ein Anzeichen geben für eine gesunde Befruchtungsvorbereitung, könnte man so sagen, oder, ja genau. Ähm, oder Entlassung der nicht befruchteten Eizelle. So, ähm, und jetzt fragen wir mal ChatGPT noch, wie weit vor dem Eisprung kann eine Frau schwanger werden? Jetzt, also das müsste zu dem stimmen, was ich vorhin gesagt habe. Eine Frau kann schwanger werden, wenn sie Geschlechtsverkehr in den Tagen vor dem Eisprung hat, da Spermien im weiblichen Fortpflanzungstrakt mehrere Tage überleben können. Im Durchschnitt können Spermien im weiblichen Körper zwischen drei bis fünf Tage überleben, obwohl es Berichte gibt, die eine Überlebensdauer von bis zu sieben Tage angeben. Okay, die Spermien über mehrere Tage lebensfindig bleiben können, erhöht Geschlechtsverkehr in den Tagen vor dem Eisprung die Chance einer Befruchtung. Wenn also eine Frau fünf Tage von ihrem Eisprung Geschlechtsverkehr hat und die Spermien bis zum Zeitpunkt des Eisprungs überleben, kann eine Befruchtung und somit eine Schwangerschaft eintreten. Es ist jedoch zu beachten, dass diese fruchtbarsten Tage im Zyklus einer Frau die Tage unmittelbar vor dem Eisprung sowie der Tag des Eisprungs selbst sind. Das sogenannte fruchtbare Fenster erstreckt sich in der Regel über sechs Tage. Die fünf Tage vor dem Eisprung und den Eisprungtag selbst. Wenn Paare versuchen, eine Schwangerschaft zu vermeiden oder zu erreichen, wenn das Wissen um den Zeitpunkt des Eisprungs und das fruchtbare Fenster hilfreich sein. Es gibt verschiedene Methoden, um den Eispruch zu verfolgen, wie zum Beispiel Basaltemperaturmessung, Ovulation-Test und Fruchtbarkeits-Apps. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass keine Methode hundertprozentig sicher ist und es immer eine gewisse Unsicherheit bezüglich des genauren Zeitpunkts des Eisprungs gibt. Das war einer der Hauptgründe, erinnere ich mich jetzt, dass ich damals mit Antje Schluss gemacht hatte. Es gab viele andere Gründe auch, aber einer der wirklichen Punkte, wo ich dann wirklich gemerkt habe, jetzt ist es zu Ende. Sie hatte ganz, ganz, ganz krass, wir hatten Sex miteinander gehabt, ungeschützt. Ich bin voll in sie reingekommen und habe dann daraufhin erfahren, einen Tag daraufhin, dass sie sich um zwei Wochen verkalkuliert hat. Um zwei Wochen. Oder um ein, zwei Wochen. Also es war total daneben. Und das geht für mich nicht. Weil entweder will man halt ein Kind bekommen oder wenn man kein Kind bekommt und das sollte schon auf der Ebene von beiden sein. Und wenn man im Bewusstsein ist, dass man momentan verhütet und die Partnerin einfach fahrlässig um zwei Wochen irgendwie das total vertut, dann ist das absolut nicht in Ordnung. Wenn du vermutest, dass du schwanger sein kannst, dann aber deine volle Periode bekommst, nein, dann bist du nicht schwanger. Und, ähm, genau. Das wollte ich auch sagen. Und, ähm, was gibt es noch dazu zu sagen? Wenn mir noch was einfällt, sage ich Bescheid. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut, um einfach die Basics zu wissen. Weil, wenn bei manchen Männern sie denken, dass die Ovulation während der Menstruation zum Beispiel stattfindet. Zum Beispiel. Und, ähm, ja, und ich denke, da ist viel Nachholbedarf. Ähm, und vielleicht kann ich da nochmal noch ein genaueres, noch ein besseres Video machen. Äh, vielleicht könnte ich auch ein Video machen über verschiedene Verhütungsmethoden, die mal keine Verhütungsmethode ist total sicher. Zum Beispiel die Spirale, es gibt zwei verschiedene Formen von Spirale, das eine ist Kupfer und das eine ist Hormon-Spirale. Und, äh, beide haben so eine Chance von 1 bis 300, dass quasi jede 300. Frau, die das benutzt, trotzdem schwanger wird. In einem Jahr. Äh, das heißt, es sind keine hundertprozentigen auch Verhütungen. Kondom ist auch kein hundertprozentiges Verhütungsmittel. Und Geschlechtskrankheiten, äh, muss man auch immer erwähnen. Ähm, deswegen bin ich auch kein großer Fan von offenen Beziehungen, weil die Frau sich extrem öffnet gegenüber möglichen, äh, Geschlechtskrankheiten. Der Mann theoretisch auch, aber es ist normalerweise etwas unwahrscheinlicher. Äh, aber es ist genauso möglich. Ähm, also, nein, das ist jetzt falsch gesagt. Also der Mann, der Mann hat genauso viele Chancen im Endeffekt Geschlechtskrankheiten zu bekommen. Und das Kondom schützt da auch nicht immer komplett. Also ich bin, ich bin sehr froh, dass ich keine Geschlechtskrankheiten habe. Ich bin auch sehr froh, dass ich kein Herpes habe. Und, äh, ich bin, äh, zumindest hatte ich noch nie einen Herpes-Ausbruch, ja. Und, ähm, äh, das sind so Sachen, ähm, und per Nadia-Atmung kann man auch vieles für sich selber klären. Ähm, ich habe zum Beispiel mir mal Fußwarzen geklärt oder so. Also, ähm, das heißt, ich möchte mein Energiehaus halt in der Sache so ein bisschen reinhalten. Und, ähm, ja, das wollte ich mal mit euch so teilen, weil, ähm, jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Reichweite immer und viele Menschen wissen das einfach nicht und dachte ich, okay, das machen wir mal. Und können wir auch öfters drüber reden. Das ist schon ein wichtiges und, äh, für manche Menschen auch ein ernsthaftes Thema. Auf alle Fälle.